Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Apfeltorte nach Weight Watchers. Diese Apfeltorte ist ein Weight Watchers-Rezept, ein Stück kostet einen 2 Punkte. Für 12 Portionen werden folgende Zutaten benötigt. 3 Eier, Klasse, Large. 5 Esslöffel Streusüße. Mark von einer Vanilleschote, ersatzweise 1 pkg. Vanillezucker. 110 g Weizenmehl Type 405. 1-8 Liter Wasser. 2 Teelöffel Backpulver. 600 g säuliche Äpfel zum Beispiel. Boskop. 6 Blatt Gelatine. Süßstoff, je nach Geschmack und Süße der Äpfel. Zimt, je nach Geschmack. Zitronensaft. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenwaage. Küchenmaschine oder Handrührer mit Rührbesen mit zwei Schlagkesseln. Mehl-Sieb. Teigschaber. Springform ausgelegt mit Backpapier. Messer. Schneidebrett. Topfel. Zitruspresse. Zauberstab. Backbrett. Zubereitung. Den Backofen bei Ober-Unterhitze auf 200 Grad Celsius, bei Umluft auf 190 Grad Celsius vorheizen. Das Vanillemark aus der Schote kratzen. Die Eier mit der Streusüße und dem Vanillemark schaumig schlagen. Das Mehl mit Backpulver sieben und nach und nach einrühren. Den Teig in eine Silikonform oder eine mit Backpapier ausgelegte Springform füllen und bei 200 Grad Celsius auf mittlerer Schiene für ca. 12 Minuten backen. In der Zwischenzeit die Äpfel schälen, achteln, das Kerngehäuse entfernen und in dem Wasser weich kochen. Die Äpfel pürieren und Zitronensaft, Zimt sowie Süßstoff abschmecken. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen und dann gut ausdrücken. In die heiße Apfelmasse rühren und gut darin auflösen. Die Apfelmasse auf den ausgekühlten Tortenboden gießen und die Torte für mehrere Stunden auskühlen lassen, dabei den Tortenboden entweder in der Springform lassen oder einen Tortenring zur Hilfe nehmen. Die Torte mit Beilage nach Wahl servieren. Als Beilagen eignen sich Heißer oder kalter Kaffee, Tee, Vollmilch, Honigmilch, Vanillemilch oder Kakao. Für die, die nicht abnehmen wollen, auch Schlagobers, Vanillesahne, Vanille, Schokoladen oder ein anderes Eis je nach Geschmack. Diese Varianten gibt es. Anstatt der Äpfel einfach Birnen verwenden. Diese Varianten gibt es. Punkt 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 Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!